Es ist hier ein guter Ort, um groß zu werden, weil es so international ist und man hat eigentlich alles, was man braucht, von Stadt bis zum Land. Als Französin habe ich immer gedacht, ich werde in Frankreich wohnen, weil da ist die Lebensqualität so hoch und ich wohne tatsächlich jetzt doch auf der deutschen Seite. Jetzt haben wir gerade Sommer. Es ist so toll, in jedem Dorf gibt es ein Freibad. Wir waren jetzt gestern mit meinem Sohn wandern, sind zu einem schönen See in den Turkesen gegangen. Die Roche hat eine Krippe und einen Kindergarten und es gibt sogar die Möglichkeit, wenn man Interesse hat, dass man auch seine Kinder in eine doppelsprachige Schule schickt. Man kann hier eine sehr gute Kindheit verbringen und ich bin der lebende Beweis dafür. Ich heiße Muriel Behrer, ich komme aus der Region und ich bleibe super gerne hier. Du bist hier. IchLPti-Block. Ich Mentor. Ich bin bereit, alle Kindergarten und wasIGHTNG Plädene.